suchen gehen, suchen gehen, suchen gehen suchen we have to have a look warte mal, hier war glaube ich Kohlekram drin, ne ich muss ja irgendwo mit dem Scheißzeug hin jetzt ja komm, dann tun wir jetzt hier nochmal welche rein äh sa 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 ähm 64, die können hier mit rein ähm wir haben ganz viel da rausgeholt aus dem Keller an Glaskram hier, oder Vorstufe Glas ähm warte mal, ich muss mal eben so die können wir da hin machen, warte mal, den können wir direkt hier mit reinpacken, ne die waren hier, ne, ja genau, dann tun wir den dazu das können wir behalten, das tun wir hier hin die können wir behalten, die Erde können wir behalten ich weiß nicht, wir brauchen glaube ich keine ne, ne, die brauchen wir nicht mehr so, ähm Holz wir haben kein Holz mehr, ne ne, wir haben kein Holz mehr und das können wir mal eben kokeln den tun wir da hin ja, dann ist unsere Aufgabe wahrscheinlich jetzt erstmal warte mal wir haben eins, zwei, drei ja gut, dann lass uns mal noch eins, zwei machen ähm, so, ne lass uns mal lass uns mal noch ein paar von den Dingern machen und, ja warte mal, lass uns mal zwei davon machen noch weil, dann brauchen wir nicht zwischendurch jetzt wieder irgendwie irgendwo anfangen irgendeine scheiße zu suchen so, und jetzt gehen wir mal Holz schlagen es sei denn, wir haben hier hinten ich kann übrigens nicht rennen für alle diejenigen, die das immer noch nicht verstanden haben me can't run so wie you can't swim doch, du kannst schwimmen but me me can't run so, warte mal ich muss mal eben was trinken und mich schnäuzen Moment so ich muss mal eben mein Näschen pudern oh yeah funky Näschen ähm voll mit Erde voll mit Kobbel voll mit Kobbel alles voll mit Kobbel hier ist nix mehr also das heißt da was wir hier wollen hier ist nur Kobbel und Erde und so ein Scheiß zu holen boah, unser Haus sieht aus, ne ich mein es ist gar nicht für die für die also dafür, dass wir keine halben benutzen können und so, ne finde ich hattet nix scheiße sieht einfach nur scheiße aus oh man scheiße so ähm wir müssen einfach mal wir müssen hier hier sowas, ne oh, hab ich meinen nee, hab ich nicht warte mal oh nein jetzt wird's auch noch wieder dunkel ach fuck it das ist ne ungerechte Welt hier in der wir hier gespawnt sind diese Welt ist nicht gerecht zu uns das wollte ich nur mal erwähnt haben so aber jetzt machen wir mal was ganz anderes weil wir weil wir es können nur mal eben für Spaß weil nee wir holen uns erst noch die zwei Dinger genau wir haben jetzt sowieso Nacht und blablabla so genau wir machen das schön also wir machen das jetzt schön und nicht irgendwie scheiße also ich wollte das Portal gerade anmachen aber das werden wir jetzt nicht machen weil ne wir machen das schön ich hole erst noch zwei so Obsidian Dinger da gehen wir in unsere in unsere Mine unten und holen uns zwei äh zusätzliche Steine Obsidian Steine ist und dann erst machen wir es an und vielleicht machen wir es auch erst an wenn wir direkt reingehen oder weil ich will da sowieso dann rein ja ich will da rein ich will da rein lass mich da rein so warte mal jetzt mach ich mal eben hier Fackel Fackel weil da kann nichts anbrennen also das brennt weg und der Rest bleibt aber hoffe ich so und die hier können auch die haben auch keinen Bezug zu irgendjemandem genau das ist auch gut so wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Holz wir haben gar keins mehr ach no ach komm Antjantan 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 ja nicht dass hier irgendein Freak ankommt ne ich hab Schritte gehört es war das Huhn also keine Sorge es war nur das Huhn und Hühner wie ihr wisst Hühner immer schuld an alle also die können nichts dafür ich wollte jetzt mal was Positives über die Hühner sagen die sind an allem schuld ja und dadurch sind das ganz arme Würstchen ja und deswegen also Hühner sind zwar schuldig in dem einen oder anderen Fall muss man denen auch kein Land zur Verfügung stellen und nein die sind halt schuldig also so in echt ja so wie er auch lass mich in Ruhe ich will nichts mit euch zu tun haben haut ab ich will nichts mit euch zu tun ich will nicht mit euch spielen doch ich will mit euch spielen komm her Arschloch komm schieß ihn ab danke jetzt schieße ich was ne das kannst du nicht über den das war ne Lüge habt ihr das gesehen der springt über den den zweiten und schießt über den zweiten hier rüber ja gut okay kann er tatsächlich ja Entschuldigung ich hab's gesehen ich war böse zu ihm hey tut mir leid ich das wollte ich nicht wo bist du denn er ist weg okay ähm also wir wollten in die Mine das tun wir jetzt auch ich esse jetzt erstmal hier so ein warte mal wir haben noch ein Steaky Steakson Steaky Steakson haben wir gerade hier reingetan ne komm das essen wir jetzt mal eben Steaky Steakson dann sind wir wieder aufgefüllt genau hier waren die Dinger drin die können wir mal rausnehmen äh die Feders die Holzens die brauchen wir jetzt nixens ähm das Files warte mal Files achso die haben wir hier hinten ne ah die hab ich hier mit reingetan ja okay 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 so wir gehen jetzt Obsidian holen wir klauen ein bisschen Obsidian von unten im Keller ich weiß nicht wer da wohnt den wir das klauen können aber wir tun jetzt einfach mal so und sonst klauen wir uns das selber ist auch cool genau schöner Sternenhimmel mal eben Sterne gucken mhm ach schön so jetzt gehen wir mal eben hier runter falls hier irgendjemand kommt natürlich sind wir bewaffnet wie sieht unsere warte mal wie sieht unsere Rüstung denn eigentlich aus wir brauchen einen neuen Helm und vielleicht ein paar neue Schuhe ähm ja können wir dann sehen so jetzt holen wir uns we we're gonna get two more Obsidian Obsidian ich glaub die waren ganz unten ne so Obsidian ich mein die waren hier in der Ecke waren wir unterwegs ne oder wieso ist der hier eigentlich äh wo hab ich denn ha ich hab den Eingang oben gemacht ne ich blöde Horst ne ah ja jetzt ich erinnere mich Entschuldigung ist schon irgendwie eine Woche her oder ein paar Tage ich hab den Eingang in diese hier hier gemacht ne mit seiner Treppe ja guck mal so ist da drunter denn irgendwas warte mal ich muss mal eben gucken da drunter ist Zeug ne ah wie machen wir das denn warte mal äh ich muss mal eben hier den Koblay so und jetzt müssten wir mal eben gucken können da können wir auch einen drunter machen ne da einen da einen und dann können wir den nämlich hier schon abbauen ha 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 wir machen das alles wir machen das alles klar ha 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 schlechter Gesang war noch nie schlechter als hier so gut, dann hier. Da müssen wir einmal den drunter machen. Und den dahin. Und den dahin. Und dann können wir den schon mitnehmen. Und dann haben wir zwei. Wir brauchen nur zwei. Seitdem wir machen noch ein Portal irgendwo anders hin, weil wir irgendwie scheiße rauskommen. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert. Und was uns da erwartet, weiß ich auch nicht. Also da müssen wir mal uns vorbereiten und ein paar Sachen mitnehmen. Aber haben wir denn hier irgendwie... Ach, Menno. Mal da mal reingehen. Da waren wir letztes Mal nicht drin, ne? Nee, da waren wir nicht. Komm, das dauert ewig, aber... Ah, ah, ah. Komm, raus hier. So, wo kommt das scheiß Wasser her? Ist hier nicht irgendwo ein bisschen... Was ist denn das hier mit dem blöden Wasser? Fuck you mit dem Wasser. So. Und hier? Ähm, warte mal. Den nehmen wir natürlich mit den Kram. There is cola above your head. Oh, die kriege ich nicht. Doch, hab ich die gekriegt? Ne, wollte ich doch sagen. Das geht doch gar nicht. Zwei weiter. So, was ist denn hier? Warte mal, ich muss mal eben gucken. Oh, 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 oh. Nein, das wollen wir nicht. So. Ähm. Ist die dann weg? Wie immer. Hallo? Ja. So. Ich mach mal ein bisschen Licht dabei, weil es könnte ja passieren, dass wir hier, ne? So. Dann gucken wir mal ein bisschen, ob wir hier irgendwas Sinnvolles finden. Vielleicht irgendwie ein Dia oder so, der in der Luft hängt hier. An diesen Seen sind ja immer Dia eigentlich. Nur bei uns nicht. Weil wir Pech haben. Ähm. Ja, okay. Das kann jetzt, ähm. Ja, ich fang jetzt nicht an, hier Dia zu suchen. Können wir mal hier eben die Dinger mitnehmen noch. Komm, wir nehmen die noch eben mit. Ach ja, tut das gut. Wir haben alles erledigt. So, hier, die Ecke machen wir mal eben zu. Macht ja keinen Sinn. Ähm. Ja, wir brauchen eigentlich Dia, ne? Aber die sind, wie gesagt, unten. Ähm. Da müssen wir eigentlich nochmal hier unten. Sollen wir die Hacke nochmal eben leer machen? So von wegen Dia. Oh, Alter, ne? Guck dir die Scheiße hier mal an. Warum bin ich so? Warum? Warum machen wir das? Das stimmt mit uns nicht. Wie so Maulwürfe. Guckt euch das mal an hier. Bis da hinten schon. Fuck it. Ach so, hier sind wir. Warte mal. Ich muss mal eben hier hinten gucken gehen. Ob wir schon vorbereitet haben den Gang. Was? Ach, hier zwischen war... Ach, deswegen war da zu. Ah, okay. Ja, ja, ja. Fuck you. Ach, Menno. Wir gucken mal. Einen machen wir mal. Vielleicht finden wir ja jetzt ein paar Dias. Vielleicht haben wir ja Glück. Also. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte das Ganze hier in irgendeinem... Warte mal. Guck mal. Wo kommen wir denn da hinten überhaupt irgendwo aus? Irgendwo? Wo kommen wir hin? Ich kann nicht rennen. Nein, ich kann nicht rennen. Du hast das zum hundertsten Mal schlecht davor. Ich soll doch rennen. Und ich kann nicht rennen, weil rennen ist noch nicht im Spiel. Es gibt keinen Rennen-Knopf. There is no button for the running man. Ich weiß, das nervt voll rum. Und jedes Mal, wenn ich das merke, denke ich mir, Alter, du willst rennen. Aber, naja. Das ist, wie es ist. So, und wir gucken jetzt mal ganz, ganz entspannt, ob wir hier vielleicht irgendwie ein paar Dias finden oder so, die wir dann noch mitnehmen könnten. So, hier machen wir wieder Licht hin. Damit uns nicht wieder irgendein Spacko hier begegnet. Das hatten wir ja letztens auch, ne? Wo hier ein so ein Freak rumlief. Und letztes Mal, ne? Ihr wisst noch Bescheid, ne? Oh, dieses Redstone-Scheiß-Zeug, ne? Ich gehe hier rum. Ich will das nicht. Ich habe keine Lust auf Redstone. Komm. Wir machen das anders. Ja, ja, du leuchtest dann nicht mehr. Wenn ich dir den Rücken zudrehe, dann leuchtest du nämlich nicht mehr an. So schnell geht das. Und einmal den Rücken kehren und schon, ne, wird man verkauft. So. Wir haben noch so eine. Aber das wäre schon ganz gut, wenn wir dann auch welche finden würden. Ach komm. So. Ja gut, okay. Okay, wir können Kohle nicht da lassen. Ne? Ihr kennt das ja. Sonst haben wir wochenlang irgendjemanden. Irgendwann kommt der. Wir haben noch keinen da. Also die Community hat noch keinen Kohle-Fetischisten gefunden. Ähm. Also wir haben noch keinen in unserer Community, der auf Kohle steht so richtig. Ne? Also der Fetischist ist noch nicht dabei. Aber ihr wisst Bescheid, der wird irgendwann kommen, der Kohle-Fetischist. Und der wird dann jedes Mal, ich glaube, das ist ein Club, ne? Also der hat sich ja schon erprobt bei anderen Leuten. Der wird dann irgendwann auch auftauchen. Und die ganze Zeit nur über Kohle referieren. Und schreiben, dass ich irgendwo Kohle vergessen habe. Und dass dies und jenes und blabliblub, ne? Oh, das ist lieb hier. Oh, Leute. Guck mal. Ist das geil, hä? Ist das geil. So will ich das haben. Das war eigentlich alles, was ich wollte. Ein paar Dias. Damit wir irgendwie ein gutes Gefühl haben dabei. Naja. Ein gutes Gefühl dabei. Alter. Stimmt mir nicht. Ja, nicht. Jo, ähm, ansonsten. Äh, ja. Real-Life-Kram oder was? Ein bisschen Real-Life-Talk oder was? Also ich hab, ich hab ein bisschen, ähm, ich hab ein bisschen so, äh, noch. Also ich hab ein bisschen nicht mehr. Aber ich kränkele noch so ein bisschen rum, wie man, vielleicht hört man dazwischendurch. Also ich hab noch so ein bisschen, ähm, Nachwirkung von diesem Corona vor zwei. Das ist ja jetzt schon zwei, drei Wochen her. Ähm, ich hab noch ein bisschen Nachwirkungen, ähm, was so die, die, äh, die Versorgung mit Luft und Nase und sowas. Nase, das ist noch so ein bisschen verschlackt alles oder so. Ich mein, ist ein geiles Thema jetzt, ne? Hm, verschlackte Nase. Ähm, nee, ähm, ernsthaft. Also das hab ich noch so ein bisschen und, äh, ich krieg halt echt schwer Luft. Also die Luft ist halt das Schwierige bei mir. Also wenn ich die Treppe einmal rauf und runter düse, dann, ähm, hab ich echt schlecht Luft und, ähm, kann atmen. Und krieg aber nix, nix in die Lunge irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Aber, ich, ähm, hab mir von verschiedenen Freunden, Bekannten, wie auch immer, sagen lassen, dass das halt noch ein paar Wochen dauert, auch mit dem Geschmack und dem Geruch. Ne, das kommt also auch irgendwann zurück. Zurück! Ähm, ja, ansonsten, ah, ich will trinken. Ja, ich muss eben stehen bleiben, Leute. Ich muss das eben aufschrauben zumindest. Und dann kann ich wieder, dann kann ich den Hüpfer machen, so. Hm. Weil mit einer Hand kriege ich meine Flasche hier nicht, äh, aufgedreht. So, das schaffe ich nicht. Und wenn ich dann die wieder zudrehen, muss ich auch mal kurz und so, ne? Ihr kennt das Spiel. So, ähm. Ähm, ich wollte eigentlich da drauf drücken. So, das wollte ich machen, genau. Ähm, ähm. Jo, dann gucken wir mal, dass wir mal eben die zwei Klumpen da, ähm, einbauen ins, äh, Portal. Le Portal, le Portalis. So, und nicht falsch setzen, sonst haben wir ein Problem. So. Und so, ah, das sieht besser aus, ne? Ja, ja, guck mal. So kann man das doch, also, so kann man das doch abgeben, oder? Wir haben ihnen ein Neta-Portal geliefert. Hallo. Okay, dann. Ah, warte mal. Ähm, warte mal. Wir gehen da jetzt natürlich. Klar, gehen wir rein. Warte mal. Äh, müssen wir noch, äh, müssen wir Sachen bauen noch? Ne, ne? Warte mal. Ich muss nicht mehr bauen, oder? Ja, naja, komm, neun Helm vielleicht, ne? Komm, wir machen mal eben, wir machen mal eben neun Helm. Wir bauen aber noch keinen aus Diabwehr, wir haben nur noch sechs Stück. Ähm, genau. So, warte mal. Äh, hier rein. Dann kommt, äh, der. Ähm. Wasser geht sowieso, funktioniert ja, also den brauchen wir nicht jetzt mitnehmen, ne? Da macht keinen Sinn. Wir brauchen Essen. Ähm. Warte mal, wir brauchen. Warte mal, wir müssen erstmal, warte mal, wir machen erstmal einen Helm. So. Und wir machen mal eben Schuhe. Schuhe. Und wir machen mal eben hier die Dinger weg. So, ne? Ne, da. Ähm, die. Der kommt da hin. Äh, der kommt. Ne, warte mal, den nehmen wir mal mit. Weil wir werden was zum Bauen brauchen, ne? Warte mal, wir machen mal, bevor wir da sind und nix haben. Warte mal. So. Wir lassen mal einen 64er. Machen wir halt so, ne? Oder? Ja, wir machen halt mal so. Naja, gut, wir brauchen nicht zwei so Dinger, ne? Das ist ja Quatsch. Ne, zwei brauchen wir nicht. So. Okay, das wird reichen. So. Und die können wir wieder hier hin machen. Ne? Also, die tun wir hier hin. Die zwei nehmen wir mit. Ne? Damit wir das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Das brauchen wir hier. Wir haben ein Schwert, was noch lange funktioniert. Wir haben diese Dinger. Wir haben... Warte mal, das brauche ich nicht unbedingt. Ne Hacke. Schwert brauchen wir nicht. Pfeile. Ah, wir brauchen auf jeden Fall brauchen wir hier noch ein paar von denen. Und noch ein paar von denen hier. So. 63. Perfekt. Also besser geht's nicht. Wir können uns ja dann noch welche machen, ne? Und dann werden wir mal ein bisschen näher machen. Und dann werden wir mal ein bisschen näher machen. 1. 7. 11. 12. 13. 16.